So, Leute, ihr seht den Titel. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wo wir sind. Hier, Berliner Mauer mit Hertha drauf. Wir sind auf dem Hertha-Gelände. Wir werden eine Fußball-Challenge drehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Platz. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ist kein Like da. Und ein Follow. Kostenlos. Nächsten Monat kommt hier auf euch zu. Jordan sagt, Willow kommt nicht einmal vorbei hier. Zehn Mal, komm ich einmal vorbei? Eins gegen eins. Ich mach deinen linken Fuß, den rechten Fuß zu. Ich mach deinen linken Fuß zu. Ich mach deinen rechten Fuß zu, Dicke. Ich schwöre, Dicke. Ja, oder? Mein Titel-Challenge wird zuerst anfängt. Sing-Chang-Chall. 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 Ja! Okay, also erste Challenge bei Bilo. Check das Video ab. Unsere heutigen Teilnehmer. Einmal Juni. Und wir haben im Tor Yassin. Wir haben ihn gerade eben schon bei Bilos Challenge. Check die Challenge ab. Digga, er hat alles rausgekratzen. Okay, wir versuchen ein bisschen was Neues einzubringen. Erste Challenge. Erstmal One-Touch. Also er spielt Flappenpfeil, ich muss rechtschießen. Zweiter ist Zweikontakte. Er spielt einen schweren Ball. Zweikontakte muss V16er abschließen. Dritter ist hoher Ball auf mich. Oder einen Ball auf mich. Ich muss direkt auf Bilo zum Beispiel. Er legt den ab. Kommt drauf an, wie ich den anspiele. Und dann muss ich direkt schießen. Verlierer. Verlust 200 Euro. Mitzumachen, kommentieren, liken und die Jungs abchecken. Auf Instagram den Folgen. Wenn ihr mehr Fußball-Challenges sehen wollt. Wir drei sind die Berliner. Wir können wenigstens was am Ball. Und wir können auch coole Fußball-Challenges machen. Ihr müsst uns nur sagen, was ihr sehen wollt. Wir wollen was Neues haben. Es ist ein bisschen schwierig, das zu... Immer das Gleiche ist auch ein bisschen langweil. Und wir haben auch viele coole Kontakte, die wir einbauen könnten. Stimmt. Einfach mal kommentieren. Wenn ihr da drin haben wollt. Lass uns einfach wissen. Auf jeden Fall, let's go mit der Challenge. Hände fängt an. Guter Ball. Yes! Noch eine Sicherheitsball. Zwei. Zwei Tore von drei ist okay. Oh mein Gott. Boah, Sack! Guter Ball. Yes! Egal. Ein wenigstens. Wir versuchen ein bisschen neue Übungen auszudenken. TikTok-Inspiration, alles mögliche. Und One-Take-Sachen. Wo drei Schwester am Stück sind, damit man schummeln kann. Ganz so nicht schummeln, schummeln, schummeln. Neben uns trainiert grad die U12 oder U11 oder so. Schwere, da muss ich auch früher sein, schwere. Einfach so Seitstütze und so. Und dann sieht man immer im Sommer, da drüben so die Jungs im Schwimmbad. Man denkt sich immer, warum sind die am Trainieren, wenn man einfach nur Rennspielen? Ja. Gut, Yasso! Digga, also Yassin wirklich. Yassin macht's uns echt nicht leicht. Guter Amname. Maybe weniger ist nicht. Du bist nicht leicht. Du bist nicht leicht. Du bist nicht leichter. Du bist nicht leichter. Okay, ich muss nicht leichter. Gut, Yasso. ASSIN! Und dann? Ah, gut aber! Kom! Jakob! Schocker mich! Gutiace, bravo sei! Gutiace, gutiace! Ja, kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Gut dabei. Topfer! Ich lese das doch auf, ich lese das doch auf. Ich hab nur gemacht, weil du meintest. Es war so schnell. Ja, es war so schwer, ne? Bist du rein? Bist du rein? Oh, Mann! Den würden wir zu schön machen. Auch Dankeschön an unseren alten Trainer. Stimmt, ich halte Ober, vielen, vielen Dank. Was soll die überhaupt für uns jetzt hier ins Spiel machen? Werden die Jungs geknechtet. Nein. Weiter durchkommen. Jawohl. Oh, Brutzrecke! Oh! Ja, musst dich sicher jetzt bei den letzten machen. Wenn ich die wenigstens einen Ton mitnehme. Der andere Mist! Bravo! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Das war noch langsamer. Oh, oh! Oh, oh, oh! 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 Okay, nächste Challenge machen wir nicht Feishot, sondern Tweeshot. Wir machen nur drei Freistöße, one take. Einen von halb links, einer aus der Mitte und einer von halb rechts. Einen von halb links ist die Klinge. Angeblich. Oh, mein Gott, wie hast du... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Die Bezahlung davon, wie lustig ich dachte. Boah! Ah, 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 ah! Durch die Bordel, was? Ja, ne? Ich mach einfach! Das ist der immer der Feishotot, damit wir in der Sixpack sind. Oh, Yasin! Oh, Yasin! Oh, Yasin! Oh, Yasin! Aber Yasin ist MVP, ne? Oh, bravo! Schöner! Schöner! Aber wenn man doch mal ein Zeishotor aufht, damit man das Sixpack sieht. Dann haben wir die ganze Zeit so... Ja. Willst du braun, kriegst du braun. Wir machen, by the way, nur einen Durchgang, ne? Weil es schießt uns anstrengend und langsam. Wir haben schon eine Fußball-Challenge in den Knochen. Wir machen auch noch einen. Aber dafür dritte. Oh, mein Gott! Sagt er so... Sagt er so... Sagt er so... Winkel, Winkel! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, Digga! Er sagt Winkel, Winkel! Und er macht alle drei Flachen. Das ist das Weile, Digga! Oh, mein Gott! So! Der letzte in der Sammlung, Marlon. Mal sehen, was die Mitarbeiter jetzt gesagt haben. Marlon, kauft es euch einfach! Geht zu Rewe dann! Dann denkst du an die perfekte Werbung, ich höre! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Juni war ja lange außer Gefecht. Der spielt auch schon was. Deswegen meinte ich, ich sollte rausgehen. Soll nicht schießen. Ich finde, dass es schlimmer wird. Jordan hat eins gemacht. Ich hab zwei. Marlon zwei. Bilo zwei, glaube ich. Ich dachte, war es auch schon tot. Wir wussten alle auf dem letzten Loch. Gibt es das Sprichwort überhaupt? Keine Ahnung. Wir machen jetzt noch Elferkönig. Bei Eli und Simma Fallaba. Piligalli, Piligalli. Wir machen jetzt Elferkönig. Wer schießt, ist weiter. Wenn man einmal verkackt, ist man raus. Vilaysport, Elferkönig. Elferkönig. Wir haben schießen, ja? Jetzt bin ich mal gespannt. Elferkönig. 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 Wie locker. Upsstoppie, Upsstoppie! Lass ihn! Was soll er machen? Er ist sogar stehen geblieben. Hast du das? Oh mein Gott! Er hat mich geschießt nach links. Trotzdem hältst du dich. Ich zeig mal nach links, dass du nach links schießt. Big Bang, let your nuts hang! Welche von Dijk? Na ja, kann zeigen, er hat gute Schlagzeichen- Technik. Ab dem Tor wieder! Nein, nein, nein! Was, ey, Jungs? Ey, die meinte, by the way, er macht... Wie viel macht er in Folge rein? Andere, so. Aber auch wieder macht er nicht. Abstoppen, abstoppen! Du bist so früh! Jetzt kommt der Klasse, Jorginho. Yes! Er steht die ganze Zeit. Das wäre gefährlich. Ich bin auch schlecht, Digga. Runde 3. Yes, Baby! Wieder und wieder alle! Abstoppen, abstoppen! Wie lange stehen denn, wie es geht? Drei! Guck mal, wenn er macht, dann nicht mehr. Mach was ich will, hä? Wie macht Harni? Harni, mach! Gut! Was ist das denn? Abhieb! Du musst einfach nur ruhig bleiben! Hört mal ruhig! Wohlenloser Elfer! Wohlenlos! 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 Takt ist doch noch, ne? Hm! Jetzt wird die verdammte Krone hoch! Halt doch mal meine Taktik raus! Guck mal! Ist das peinlich! Ja, gerade eben noch ruhig bleiben! Halt deine verdammte Schnauze! Okay, das war's mit dem Video! Leider, wir haben schon viel in den Knochen! Die Jungs haben schon davor zerniert, deswegen waren wir ganz schön im Arsch! Wie gesagt, checkt Video sein Video ab! Ich hab den Spielstand schon in den Kopf! Ich weiß nicht, wer wir auch haben! Wir 200 Euro verlosen an einen aus den Kommentaren! Der kommentiert, liked und Video abcheckt! Ich geh natürlich auch ein Follow da lassen! Und ja, wie gesagt! Wenn ihr mehr Fußball-Chaisers sehen wollt, lasst uns schlösen! Und was ist das? Ich schieße viel! Und auch mal Dankeschön an Yassim! Super Job gemacht! Abonnieren! Abonnieren! Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Du willst mich mitnehmen! Komm vorbei! Ich abdrehen! Du willst mich mitnehmen! Komm vorbei! Wenn du mich brauchst! Ich bin jetzt 18! Nein, ich weiß nicht! Raus! Ich bin dein Wingman! Ich steck mit Kdrein! Na raus! Und was willst du mich drehen? Mit dem Legen kann ich mich einbauen! Oh mein Gott! Boah! 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 Yeah!